Und Damen und Herren, Herzlich Willkommen und hallo zu einem weiteren Battle, Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin das Heuer, der MC Mafix, beim letzten Mal, ja, haben sich die Dinge hier ein bisschen überschlagen. Chidori wurde hier von Strayga wieder befreit und hat hier gleich losgelegt. Schatten sind nun wieder in der wirklichen Welt und obwohl wir eigentlich hier die hohen Schatten besiegt haben, was wir im Zwischenjahr schon gelernt haben, wird es hier nur schlimmer und schlimmer. Auf jeden Fall hat Chidori uns hier beim letzten Mal angegriffen, scheinbar nicht ganz freiwillig. und nun ist sie zusammenzubrochen und ich glaube irgendwie, dass das kein so richtig gutes Ende für sie nehmen wird. Meine possessions, meine Leben, alles. Das ist warum wir nur noch im Moment leben. Aber du Junpei, du mir schaffst, hast du mir Angst, ich nie wollte. Was? Wenn ich mit dir Junpei, ich schreie alles. Ich schreie die Verlust, ich schreie die Todes. Ich schreie meine Zeit mit dir enden. Ich schreie die Todes. Das ist warum ich... Ich schreie die Todes. Ich schreie die Todes. Was ist das? Es sind die anderen von Strayga. Wie haben sie... Bastards. Du wirst nicht wissen, wann zu geben. Oh. Ich habe за den Interferen, wie gegründet wurde. Und schaue was ihm von ihm zu sein. Chidori. Ich sehe, dass es zu spät schon ist. Sie hat sich zackert. Was heißt das? Du wirst- Geschwist! Ha! Ich bin kein Gehirn. Ich habe mir einfach zu leben, ohne meine Leben zu leben. Du könntest sagen, dass ich... ...ein Gehirn... Bastard! Das ist es! Ich werde dich nicht mehr machen! Ich werde dir, Chidori, mit meiner Leben! Juppe... Chidori, komm mit mir! Nicht mit diesen Leuten! Junpei, schau mal! Junpei, schau mal! Was? Junpei... Nein! Was? Ich bin sehr glücklich, dass du wundern. Chidori? Ich... Ich dachte, ich war... Ich denke... Ich bin falsch. Mein Angst, mein Herz... Ich blieb es auf dich, Junpei. Ich habe nie erlebt, bevor ich dich kennengelernt. Und für die erste Mal in meiner Leben... Ich... Ich wusste, was ich wollte. Und... Was ist das? Ich... Ich möchte dich mit dir, Junpei. Immer... Ich... 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 Ich möchte dich mit dir, auch. Aber es kann niemals dauern. Und es brachte mein Herz. Wir sind anders von dir. Since the moment, I gained my power... I've known the day I was going to die... Huh?! Das... Ich... Ich gefreste... Ich schreste jetzt... Ich hätte niemals gedacht... Abouten die morte... Aber ich esftig gibt... Jetzt... D Ministry meaning... Ich werde dich aus noch nicht mehr sehen. Chidori... Das ist das... Das ist für die vordele... Du kannst hier nicht sterben, Junpei. Ich? Ich? Was? Was ist das? Junpei-kun! Junpei! Es ist ihre Persona. Sie hat die Macht, um Leben zu bestellen? Ich glaube nicht. Sie hat ihn zurückgebracht. Aber warte. Wenn sie so weit weggebracht hat, die Kosten für das wäre... Shhh! Chidori! So, es funktioniert. Ich kann dich hören. Der Geräusch von deinem Herz schlägt. Aber dann... Aber dann... Das war alles, was ich wusste. Jetzt kann ich weiterleben, in dir. Ich werde immer mit dir sein. Huh? Hey, Chidori! Stay with me! What the hell are you even talking about? Hey! This is how it has to be. Don't worry. I'll protect you, Junpei. Always. Yeah, same. I got your back. I'll do everything I can to protect you. So come on! This might... This might... This might... Be all I ever needed. Just being in each other's arms. It's nice. Ich liebe dich, Junbe, danke dir. Chi... Dori... Du bist schuldig, oder? Chi... Dori... Say something, please! Chi... Chi... Dori! Chi... Dori... Pitiful. Such a meaningless end. Meaningless... Hmm... Ja! Medea? Burn in hell! Du wirst weg mit... Junpei! Meine, das war ziemlich ein Spektakel. Jetzt, ich versuche mir zu sagen. Takaya, nicht! Nicht vergessen Ihre Mission. Du musst nicht mehr Zeit auf ihn. Ich habe ein viel größer Ziel, zu erfüllen. Und seitdem du keine Grunde zu verletzen, hast du keinen Sinn in mit dir mit dir. Lass dich nicht mehr mit dir. und du hast es left. Geh zurück hier! Dupé! Geh mir weg! Ich... Sie hat dich vertraut mit dieser Leben. Nicht nur... ...drollen sie weg. Chidori... Chidori... Ich... Ich... Oh Gott, das ist so schwer. Aber es ist nicht nur meine Leben mehr. Junpei... Man muss leider sagen, dass wir da fast davon ausgehen konnten, dass diese Geschichte kein Happy End haben wird. Und so ist es ja auch gekommen. Ähm... Dass deren Romanze hier leider zu Nicht-Schönem führt. Ganz ernsthaft, ich finde es schlimm wie Stryker mit dieser dumme Pistole einfach alles über den Haufen knallt. Der... Äh... Takaya hier, Mann! Wir haben noch Personas, Mann! Kann man denn damit nicht irgendwie... Keine Ahnung, Mann! Genau wie Stryker gemacht hat, so ein Flammenball, Mann! Komm schon... Oh, ich hab heute... Oh, das ist ja gar nicht Sonntag. Äh... Hab was für dich. Äh... Für eine Entschädigung dafür, dass du... Der andere Teil so fleißig bist, Alter. Gehen wir mal hin. So nie bin bei. Warte kurz bevor wir da hin gehen. Ähm... Also auf jeden Fall, äh... Sehr schade für die Werte-Schönem. Sehr schade! Besonders auch natürlich für Junpei. Dafür, dass es hier leider hier zu keinem Happy End zwischen den beiden gekommen ist. So, ähm... Jo... Ich denke mal im Shop werden wir uns wieder nichts Schöes kaufen können. Beziehungsweise das, was wir uns kaufen können. Das braue ich nicht. Äh... Blasmagnum. Äh... Oh, warte mal. Bevor wir... Bevor wir jetzt was machen. Weil wir müssen jetzt eh bald den Tartarus. Weil, ey Leute, es ist klar. Die Dudes... Äh... Also ich glaube es ist ziemlich eindeutig, was die hier planen. Nämlich... Nämlich... Ähm... Ich denke... Er will hier denselben Plan durchführen, wie eben Itsuki. Nämlich hier der... Auf... Oh mein Gott! Sitzjacke! Sehr geil! Anti-Windmeister. Okay, Anti-Windmeister. Das wäre echt hart. Und jetzt... Wir hatten Winterschwäche... Äh... Aki, du hast doch Winterschwäche, gell? Machen wir das. So... Ähm... Nämlich hier der... Jesus, Gott oder was auch immer für ein Schmarrn der neuen Welt zu sein. Es wirkt sehr danach. Und das... Macht uns natürlich sehr viel Sorgen. Wenn er, äh... Hier dann... Diesen Plan umsetzt. Zwei... Keine Ahnung. Ich meine, die reden immer von hier... Wiedergeboren und was immer. Aber wir... Bis dato haben wir uns ja noch keinen Reim daraus machen können. Ich befürchte mal, bald wird da irgendwas auf uns zukommen. So... Da kann man also nichts Gutes machen. Da haben wir auch nichts Gutes. 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 Alles Gutes machen. Ja... Oh, Sawa und ich sind viel zurück. Er und meine neighbors meistens haben mich in der Lübe über alles, was passiert. Hm. Nö, sind ehrlich gesagt nicht besser. So. Haben wir hier noch was, was wir für die anderen cooles herstellen können? Hier. Blast Magno. Und ansonsten haben wir auch nichts mehr. So, dann können wir unseren Krempel verkaufen. Den habe ich beim letzten Mal nämlich noch nicht verkauft. Äh, ausrüsten hier. Ey, das haben wir zwar eine Weile nicht mehr hergenommen, aber dann lassen wir trotzdem die schöne Blast Magno aus. Und dann hier, äh, oder Item verkaufen. Alles verkaufen. Zack. Gibt's nochmal schöne Brände 67.000. Dann schauen wir mal, ob wir was Neues haben. Äh, das verfluchte Schwert. Tieft vor Blut für Maxi. Das hört sich sehr nett an. Ich merke nicht viel davon. Ich merke nicht viel davon. Hm. Ich bin ja immer nie so der Fan von den, äh, also ganz großen Waffen, weil die halt immer, äh, weil die Effekte sind mir teilweise halt doch sympathischer als das andere. Hm. Schauen wir mal hier. Endrüstung. Äh, das ist schon schlecht, das man aktuellen. Das ist mal geil. Ne, hier, lass ihn überlebensträck. Dass er mit einem TP überlebt, das ist mega gut. Anti-Windrüstung ist ja auch besser. Hier wird's jetzt interessant. Schweine teuer. 3 CSP ist bei jetzt nicht so lebenswendig, aber ich nutze jetzt nicht so oft, also. Hm. Da lassen wir's auch. So, Schuh wär jetzt nochmal interessant. Ausdauer plus 3. Ne, ich, ich hab grad diesen lustigen Attack ab, den find ich, ehrlich gesagt, ganz gut. Elektrizität ausweichen, lass mal auch. Dunkelheit aushalten. Ja gut, hier kann man wechseln. Dann nehmen wir die Löwensander. Oder warte, was ist das? Ausdauer plus 3, ne. So, und dann mach mal. Von mir ist aus da. Gut, das ist alles dein. Natürlich. Alles sieht gut aus. Alles sieht gut aus? Okay, dann. So, ne, mach mal. Und bei ihr. 30 SP mehr. Das denke ich, werden wir nicht toppen können. Jo. Ergis passt. Kennen wir jetzt auch nochmal. Boah, Leute. Ja, komm. Gift ist unnötig. Dann machen wir hier. Da hat man jetzt einen richtig schönen Unterschied gemerkt. Ja gut. Weg damit. Passt. Und dann. Gehen wir weiter. Ich bin sicher. Jumpe wird in der nächsten Zeit eher nicht mehr mitkommen. Weil der natürlich seine Probleme hat. Verständlich. Aber. Schauen wir mal. So. Was machen wir denn? Esslings? Williner? Hardiner? Kurosawa? Wir haben aktuell so richtig keinen Esslings. Ah doch. Wollte ich seit 100 Jahren machen. Wir haben doch in dem lustigen. Wir haben doch so ein Büchlein gelesen, dass wir neue Blumen kaufen können. Werden Sprosse für große goldene Tomaten angeboten. Ah, 99. Vielleicht ein bisschen viel. Kommen wir mal 3. Ich weiß immer noch, was wir die Geschenke haben möchten. Ähm. Naja. So. Wir könnten mal mit, äh. Oder Giri. Weil für den haben wir schon lange. Wir sind mal kurz davor, dass wir auf die nächste Stufe gehen. Zieh mal ein Omikoji. Schilderradio. So. Ich höre eine göttliche Botschaft. Gesegnet seien die Gläubigen. Ja. Schau ich an. Genau. Tifa, du bindest heute Giri. Du spielst die Bindung zwischen denen ihr stärker geworden ist. Und dein Glück für heute. Du wirst unglaublich Pech haben. Oh oh. 5.000 Yen. Nein. Das ist so random. Machst du dein Gameplan auf OK fliegen 5.000 Yen weg. Oh. Zumpe. Sag das immer noch aus seinem Zimmer. Eine geliebte Person zu verlieren ist nicht leicht. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich denke mal nicht. Aber das einzige was wir positiv sagen können. Er ist nicht der einzige. Das kann man hier definitiv sagen. So. Wir haben keine Links mehr. Oh mein Gott. Müsste ich mal wieder bei unserem hiesigen Dealer schauen. Hast du noch geile, geile Seiten für mich. Uuuuh. Assessinenseite. Yo. Ninja-Fanseite. Aber ich kann die datingseite öfters kaufen. Wieso habe ich jetzt zweimal die datingseite gekauft. Mache ich damit irgendwas unanständiges. Definitiv. So. Dann. Schauen wir mal an. Was wir jetzt hier für ein schönes Essen nehmen. Assessinenseite. Geschichtswebseite. Machen wir das mal. Künstliche Verkrüppelung. Machen wir das mal. Hört sich sehr nett an. Hinterhalt wird verbessert. Überfällst du einen Gegner hin. Von dem bewächst du Qual. Von dem. Das ist eine coole Sache. Nehmen wir. So, und heute Ach, heute ist Praktikum, gell? Schauen wir mal, wo es uns hinführt Nächsten wieder Geschirrpraktikum Oh, so viel Zeit verschwindet Oh, da helfe ich gerne mit Ich bin Burger-Tester Good morning Everyone who's in the internship program Please follow me to the back entrance We'll provide you all with uniforms Once everybody's dressed, we'll get to work When you're done there, could I ask you to take the trash out? Oh, hey, morning You, uh, look good in that uniform Forgot you chose this place, too Well, you know, just psyching myself up to prepare for the internship I mean, being on time is like the bare minimum job requirement, right? I guess my prospects are looking pretty grim I overslept like hell Whoa, damn it Oh, I really screwed this one up Coming in later, my first day, they're gonna be so pissed I know a guy who works here He said the manager's a real hard-ass Man, I really don't want to go in now What do I do? You'll come apologize with me? Dude, you're the best, man No, 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 wait Even if you back me up, I can't just tell them I overslept Wait a minute I could just pretend I was here all along Put on a uniform and stroll in like nothing happened I'll just say my stomach wasn't feeling so good And I was in the bathroom this whole time So, uh, please, do me a solid Grab me one of those uniforms and bring it out here I'll treat you to any food you want You can look at my homework So, please Dude, for real? I owe you my life, man Just hop on in there and grab it real quick If you hide it under your shirt, nobody will Oh, there you are Working hard Seriously Why do I get stuck having to supervise two classes worth of students? I'm suddenly the young and spry teacher when it's convenient Sorry, I shouldn't be complaining to students In any case, it looks like you two are doing just, uh Hey, Tomochika Why are you still dressed like that? Wait a minute, don't tell me Well, uh, you see I may have slightly overslept Are you kidding me? How many times did I tell you all to be here not a minute late? Jeez First someone skipping out and now this Why does it always have to be my class? What? Somebody skipped out? Well, that's just terrible Talk about a failure of a human being So, who was it? Don't you grin at me like you found a friend More importantly, I sure hope you called to let them know you were going to be late Uh, well, you see I guess my schedule just didn't line up, so Always call first when you're running late It's common sense Ugh, I'm definitely getting to talking to later You're going to go apologize Right now Wait, right now? I, I need to gather my thoughts first And, um And what exactly do you mean by that? You're not trying to find some way of getting out of this, are you? Uh Are you even aware of all the trouble you could have caused? You left the team short-staffed The manager's probably worried If this were a real job, you'd be fired on the spot Now, go in there and apologize Be ready to accept whatever punishment you get Yes, ma'am Not even in the slightest But, I'm the one who got myself into this If it makes you this upset, you shouldn't have been late in the first place Remember, when you apologize, try to explain how you'll improve for next time It reflects on you better And no excuses Make sure you really mean it You got that? Makes sense Well, here I go See you later Guess I should go put in an apology from my side as well Oh, by the way Have you heard anything from Iori? Iori Well, if you haven't heard anything, it's fine But if he's playing hooky, there's gonna be hell to pay He has no idea how much trouble he's causing me Tell him he'd better at least call out next time Anyway, I'll be going now Put on a big smile and show them how much you love working service jobs Oh, my God Oh, my God Oh, there you are. Hey. Oh, you're looking pretty good. I would have thought you'd been working here for years. Well, my internship ended a little early. I was getting hungry, so I thought I'd stop by. Looks like you're doing all right. Oh, it's nothing, really. If you don't mind, could we talk for a bit when you're done? Hey, manager says to take your break. Wait, what? Mochizuki's here? I see you chose this place, too. Well, my internship ended a little early, so... So what? You came here to rub it in my face? You better not start picking up chicks in here. You are literally a chick magnet, you know that? Our sworn enemy. Oh, now that you're here, I'd actually like to get your opinion, too, Tomo Chika-kun. How about what? Lay it on me. We got time. They said I should take my break now, too. Come on, this is our chance to chill. I don't even think about wiping tables. Let's do it. Liebe Leute, Dikenji, du bist der ultimativer Typ, wenn es darum geht, Leuten aus der Arbeit zu... wenn es der Arbeit aus dem Weg zu gehen geht. Das kannst du so gut wie kein anderer. Also, eigentlich müsste es Maxi ja gemerkt haben, dass Jumpe nicht hier zur Arbeit aufgetaucht ist. Selbstverständlich ist dir hier noch ein bisschen geknickt mit Chidori. Was? Verständliches. Also, wir werden beim nächsten Mal dann sehen, wie es weitergeht, ob wir Jumpe hier irgendwo mal aufmantern können. Und ich würde sagen, bis dann sage ich auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Hm? Das hat mir die ganze gestrige Aufnahme Session nicht aufgenommen. ALTER FICK DEINE M- Ah, ist das auf die andere Festplatte genommen? Was, das zeigt mir das hier an? Es ist ja nicht so, dass... ... ... Alter, Witschi, weißt du, das ist langweil so sehr, diese Scheiße mit diesem Dreck, ich muss raus, ne? Du einfach alles auf diese Scheiße mitnehmen. Peti wurde ausgeschlossen.